Sieben Spiele sind in der Rheinland-Liga gespielt und der in den vergangenen Jahren so erfolgsverwöhnte Ahrweiler BC findet sich tabellarisch mit sieben Punkten in unmittelbarer Nähe zu den Abstiegsplätzen wieder. Im achten und vorerst letzten Spiel vor dem November-Lockdown empfing der ABC zu Hause den Turs Main. Ahrweiler BC mit Jungs zu kommen. Mach eine Ahnung, Sie! Schnell! Oh-oh-oh! O.T. Geht mal in Gang weiter, komm! ... Heeeeyyyyyuuuut! Heeeeyyyyuuut! Hey Männer, ich bin nicht reinkommen! Weiter, weiter. Der 43. Minute, 0 zu 2, Torschütze für den 2. Der 44. Minute, 0 zu 3, Torschütze für den 1. Der 44. Minute, 0 zu 3, Torschütze für den 1. Der 44. Minute, 0 zu 3, Torschütze für den 1. Der 44. Minute, 0 zu 3, Torschütze für den 1. Der 44. Minute, 0 zu 3, Torschütze für den 1. Der 44. Minute, 0 zu 3, Torschütze für den 1. Der 44. Minute, 0 zu 3, Torschütze für den 1. Der 44. Minute, 0 zu 3, Torschütze für den 1. Der 44. Minute, 0 zu 3, Torschütze für den 1. Vielen Dank.